Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Ja, die Jungs haben tolle Ergebnisse erzielt. Was will man mehr? Ja. So, hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 21 in der Managerkarriere mit dem BVB. Und warum genau ist Borussia Mönchengladbach schlechter oder ein schwächerer Kontrahent? Auf jeden Fall hatten wir hier schon das erste Halbfinale mit Wolfsburg gegen Frankfurt. Da ist Frankfurt schon mal ins Finale eingezogen und ich gucke mal gerade in die Bundesliga-Tabelle, wo Gladbach da steht. Die steht auf der 4. Ja, gut. Keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall ein sehr schwacher Gegner hier. Und wir werden ein bisschen im Team-Management mal uns umschauen. Jonah Firpo bekommt eine Pause. Dafür spielt natürlich Guerrero. Jude Bellingham spielt für Gündogan. Und dann Renier startet für Haaland. Und ansonsten Eric Garcia für Mohamed Salih-Zou. Let's go! Ja, zuletzt wurde ja auch gerade schon angesprochen in der Pressekonferenz. Zuletzt gab es einen Sieg gegen Hertha BSC. Das war ein 4 zu 1 und somit konnten wir uns, beziehungsweise unser Polster auf den FC Bayern halten. Das 2-Punkte-Polster. Und noch ist alles möglich. Noch ist es tatsächlich möglich, das Triple hier zu holen. Ob man es jetzt als Ziel setzen sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, die Meisterschaft steht auf jeden Fall ganz oben. Wenn das Triple drin sein sollte, umso besser. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Und das muss dann ja auch erst nochmal gewonnen werden. Und ja, wir sind im Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund. Und die Gastgeber in den weißen Trikots werden beginnen. Mit Thüram und Sigurdsson und Kramer und so weiter und so fort. Marta. Erster hoher Ball. Abgefangen von Emre Can. Son. Das ist Regnier. Der dreht sich hier nochmal um und nagelt das Ding nur an die Latte. Was für ein schöner Schuss. Und die erste Torannäherung der Partie. Kramer. Ja, verteilt den Ball da auf die linke Seite. Nochmal zurückgespielt. Zakaria. Und Sigurdsson. Zweite Möglichkeit des Spiels. Diesmal auf der anderen Seite. Und das war eine richtig schöne Kombination. Zum Glück trifft Gielfi Sigurdsson den Ball nicht genau. Oder nicht perfekt. Er trifft ihn gut, aber nicht perfekt. Das trifft, glaube ich, ganz gut auf diese Situation zu. Und hier, schönes Zusammenspiel. Son und Bellingham. Son legt den Ball nochmal zurück. Und schützt Bellingham mit dem 1 zu 0. Nach etwas mehr als sieben Minuten die Führung für Schwarz-Gelb. Sehr, sehr schön herausgespielt. Ja, und Bellingham hat da gar kein Problem, den Ball unten rechts an Jan Sommer vorbeizuschieben. Und das dürfte sein erstes Tor sein im laufenden Wettbewerb. Das ist auch der Fall. Sigurdsson. So, und jetzt ist die Frage, spielt man es jetzt ruhiger oder geht man voll auf Offensive? Regnier. Ja, schön gespielt hier Reus. Der verbaselt den Ball allerdings. Und jetzt Sigurdsson. Auf Nakajima. Der ist schon im 16er. Und dann muss Bürki nochmal ran gegen Thüram. Gewinnt aber auch das Duell und schlechte Verteidigung davon Müllier. Patrick Herrmann bekommt nochmal die Möglichkeit hier per Kopf gegen Guerreiro. Trifft den Ball aber auch nicht optimal. Und somit gibt es Abstoß von Roman Bürki, der den Ball sofort zu Patrick Herrmann zurückspielt. Und Sigurdsson vergeigt diesen Schuss. Das war ja jetzt schwerer, den nicht zu treffen. Aber der ist ihm komplett über den Fuß gerutscht. Leiner. Hermann. Sigurdsson. Thüram und wieder Bürki. Ja, Roman Bürki, der hat schon gegen Real Madrid in der Champions League im Viertelfinale richtig, richtig gute Paraden gezeigt. Hat uns auch somit das Weiterkommen gesichert. Und hier ist er wieder zur Stelle. Es gibt aber den Freistoß an der Strafraumkante. Sigurdsson steht bereit. Marta legt auf für Thüram und dann hat Bürki den Ball. Richtig stark hier vom Schweizer Schluss, Mann. Und da muss er wieder raus. Da kommt er auch raus. Faustet ihn weg. Und da hat sich Holmin Sonne noch ein bisschen verletzt. Oh, Sakkaria. Und ja, da musste es ja mal passieren. Thüram mit dem Ausgleich. Da konnte Bürki jetzt aber wirklich nichts machen. Thüram einfach ja, gefühlt drei Köpfe größer als Rafael Guerreiro. Typisches Miss-Match. Muss ich schon zugeben, aber ja, man muss die Flanke tatsächlich auch vorher schon besser verteidigen. Die klasse gemacht war von Dennis Sakkaria. Darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber ja, Markus Thüram trifft zum zweiten Mal im laufenden Wettbewerb. und wir machen die Auswechslung. Klar, Kubo jetzt im Spiel für Holmin Sonne. Ich hoffe, er wird uns nicht länger fehlen. Oh, Thüram. Und Bürki. Was man auf jeden Fall festhalten muss. Bellingham hat eine bessere Chancenquote oder Chancenverwertung als Markus Thüram in diesem Spiel. Und jetzt haben wir hier Marco Reus. Und der versucht tatsächlich nochmal Jadon Sancho zu bedienen. Man hätte es eigentlich auch allein versuchen können. Sakkaria. Sigoton. Ja, stark von Emre Can. Und jetzt Bellingham für Sancho. Verliert den Ball direkt wieder bei der Annahme. Nakajima. Gegen Meunier. Nakajima. Und das gibt den Abstoß. Und ich glaube, wir müssen eigentlich nur ähm Meunier und Guerreiro tauschen. Also einfach seitenverkehrt spielen. Denn Nakajima sieht jetzt auch nicht wie der größte Spieler aus. vielleicht gleich mal schauen. Kubo. Neu im Spiel und direkt mit der Chance hier. Jan Sommer. Überragend. Und es wird den Eckball geben. ausgeführt von Marco Reus. Kein Abseits. Marco Reus versucht selber gegen den Ex-Verein. Ja, und so viel fehlte da gar nicht. Leiner. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite bei uns aber wirklich äh die kleinen Spieler. Kubo und dahinter Rafael Guerreiro. Das ist kopfballtechnisch äh definitiv eine Schwachstelle. Oh, und jetzt bleibt Siguzon da liegen. Und es wird den Freistoß geben für das Foul an Thüram. Ja, aber Siguzon wird noch im Spiel gehalten, so wie es aussieht. Marta legt wieder auf. Diesmal Herrmann. Aber der kommt nicht an der Mauer vorbei. Zakaria. Siguzon. Gilfi Siguzon 2 zu 1 Gladbach. Ja, und das musste ja irgendwann passieren. Aber das ausgerechnet Siguzon jetzt trifft. Nachdem der sich schon schmerzverzerrt den Arm gehalten hat. So, weiter Ball für Kubo und Leiner köpft den jetzt aus. Gibt uns damit, ja, freiwillig oder unfreiwillig nochmal eine große Möglichkeit, die nicht genutzt wird hier aktuell von Jadon Sancho. Nach Vorlage beziehungsweise Flanke Rafael Guerreiro. Nachspielzeit ist auch gleich schon durch. Es wird wohl die letzte Möglichkeit sein im ersten Durchgang hier für uns. und Leiner verhindert noch mal Schlimmeres. 2 zu 1 also die Pausenführung für die Gastgeber. Und mit dem Weiterkommen sieht es aktuell etwas schwierig aus. nur 35% Ballbesitz und ich möchte aber an der Stelle trotzdem sagen, ach nee, Quatsch. Wir hatten 36% Ballbesitz gegen Real Madrid. Ähm, ja. Wir stehen aktuell also ein bisschen schlechter da. Jetzt möchte ich die beiden mal tauschen und dann müssen wir mal so ein bisschen so ausweichen. Dann geht Guerreiro auf den linken, ins linke Mittelfeld. Wir ziehen Garcia nach links, also als Linksverteidiger jetzt und Salizou darf in die Innenverteidigung rücken und ansonsten Renier runter und Erling Haaland rein für ein bisschen mehr Offensiv-Power da vorne drin. Zweite Hälfte geht los und wir schauen mal, ob Gladbach vielleicht noch gewechselt hat. Nein. Uns werden zuerst unsere Wechsel da oben angezeigt, das bedeutet keine Wechsel auf der Seite von Borussia Mönchengladbach, die jetzt hier wieder direkt offensiv zu Werke gehen. Zakaria. Thüram und Sigurzon. Ja, erste Aktion von Salizou und dann ist es Zakaria, aber der stand im Abseits. Abseits Dennis Zakaria und das war wichtig. Ja, da kann er sich beschweren, so viel er will. Abseits war es so oder so. So, Salizou Ball auf die rechte Außenbahn, aber ja, viel zu weit. und jetzt Chachi, Kachi, Chaki, ich weiß es nicht. Sassi. Das C bietet sehr viele Möglichkeiten das auszusprechen. Thüram mit dem Einwurf abgefangen von Emre Can und der verliert den Ball in der gefährlichen Situation und wieder Sigurzon. Bürki mit der Glanzparade und wir müssen unbedingt wieder weiter nach vorne kommen. Gladbach drückt uns gerade richtig an die Wand. So, Sigurzon verlässt jetzt das Feld. Für ihn kommt Benesh, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Benesh jetzt im Spiel. Und mir fällt mal gerade auf, wie dämlich das gerade überhaupt war, in der Halbzeitpause Kubo wieder rauszunehmen. den hatten wir doch gerade erst eingewechselt. Naja. Sancho für Erling Haaland. Jetzt geht mal ein bisschen Gefahr über den Norweger hier. Mit Jadon Sancho. Und dann ist das ein bisschen zu verspielt. Münje. Reus hält den Ball. Sorgt dafür, dass seine Mitspieler nachrücken können. Und dann der Ball von Bellingham für Haaland und Jan Sommer mit der nächsten Glanzparade hier. Und der kleine Tim sucht seine Eltern. Das war jetzt auf jeden Fall wichtig zu erfahren. Sancho mit einem Versuch. Flanke sofort von Guerreiro. Aber Einwurf an der Stelle nochmal für uns. Oh Leute. Nakajima. Zakaria. Nächster Gegner in der Liga. sieht es gerade. Union Berlin. Münje. Oh gute Aktion von Reus und jetzt Haaland. Der da die Nerven verliert. Beziehungsweise Nerven zeigt. Guerreiro. Sommer vor Haaland. Abseits von Reus wahrscheinlich. Er trifft den Pfosten und es war natürlich kein Abseits. Marco Reus trifft nur den Pfosten und wir haben noch nur noch 18 Minuten auf der Uhr. Noch mal eine Auswechslung bei Mönchengladbach. Mustafi kommt für Chaki. Ich weiß nicht wie man ihn ausspricht. Haaland. Ballverlust. Benish. Birki mit einem weiten Schlag nach vorn. Und Sancho wird zu Fall gebracht. Es gibt den Freistoß. Wichtig dass wir da in Ballbesitz bleiben. Freistoße treten kann ich halt immer noch nicht. Deswegen werden wir hier ein bisschen anders spielen. Und das hätte fast funktioniert. Tyrann. Kramer. Okay. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Wir bekommen einen Abstoss. Reus. Holland. Nochmal Reus. Und der hat jetzt darauf vertraut, dass Haaland los sprintet. Aber der Norweger holt sich hier den Ball aus der Verteidigung. Reus legt zurück und Sancho nagelt das Ding in die Maschen. 2-2. Die Engländer treffen hier für uns. Erst Bellingham, jetzt Jaden Sancho. Und so wichtig war ein Tor selten. sehr guter Laufweg auf jeden Fall von Sancho. Der mit diesem Ball von Reus tatsächlich gerechnet hat. Und wir geben uns auf jeden Fall noch nicht auf. Erstes Tor auch für Jaden Sancho im DFB-Pokal. Hermann Salizou Ja, entweder ich wollte gerade sagen, entweder kommt Guerreiro noch dran oder es gibt den Einwurf und jetzt geht Dennis Zakaria vom Feld und für ihn kommt Jonas Hofmann. sehr gut zu wissen und jetzt Sancho. Raphael Guerreiro Hofmann Thiram Stark Ich wollte eigentlich sagen Stark gemacht von Hummels aber Stark gemacht geht natürlich auch. So, der Ball landete Maus. So, Mustafi bekommt die Flanke immer noch über meine Güte bekommt die Flanke hier in die Mitte aber sie wird nicht mehr gefährlich und es geht tatsächlich in die Verlängerung. Ja, Chancen gab es auf jeden Fall genug auf beiden Seiten. Wir sind schon bei 41% Ballbesitz immerhin und wir können nicht mehr wechseln. Das heißt, wir müssen jetzt so durchziehen. Gladbach wieder mit dem Anstoß. Da ist jetzt noch Valero für Nakajima ins Spiel gekommen. Und jetzt wird es natürlich wichtig sein, wer hier die zweite Luft noch aktivieren kann. Thiram. Super Unnötig hier von Garcia da noch so nachzusetzen. Der Ball wäre eigentlich weg gewesen, aber es gibt auch gar keine Karte. Sehr, sehr gut. Danke, Schiri. Und Haaland verteidigt im eigenen 16er. Das möchte ich nochmal hier explizit dazu sagen. Der Torjäger verteidigt höchst selbst da hinten drin. Leiner Marta und der nächste Fehler davon Garcia. Alles gut, Bellingham. So, starkes Zusammenspiel hier generell vor der Männer. Kein starkes Zusammenspiel auf jeden Fall, was mein Labern hier angeht und wieder eine wunderbare Parade von Jan Sommer. Der lässt Haaland hier wirklich verzweifeln jetzt Kramer. Ja, da hat Meunier auch nochmal unnötig nachgesetzt. Wir können nochmal wechseln. Okay. so, Julian Brandt jetzt im Spiel für Marco Reus und diesmal versucht Thüram es selbst und Bürki hält ihn wunderbar fest. Garcia Thüram und wunderbar gemacht hier von Salisu diese Gretsche Bedesch mit dem 3 zu 2 105. Minute Laszlo Benesch mit dem nächsten Rückschlag für uns hier und jetzt geht Haaland hier selbst durchflügt durch die Verteidigung versucht es zumindest und Hermann erste Halbzeit der Verlängerung ist durch verdient wäre es auf jeden Fall für Gladbach die machen viel viel mehr ja die machen viel mehr fürs Spiel und man sieht hier Ballbesitz ist bei uns wieder runter gegangen auf 38 Prozent das könnte sich in der zweiten Hälfte der Verlängerung vielleicht nochmal ändern und zwar genau so Sancho und da sieht man schon Haaland startet durch die Flanke kommt und ja Haaland bekommt zwar die Chance aber getroffen ist dieser Ball nicht gut und Brandt Julian Brandt steckt nochmal nach vorne für Haaland ja gute Aktion von Haaland aber der Pass hätte nicht unbedingt sein müssen aber gut ich meine was soll er auch sonst machen viel wäre da nicht möglich gewesen wieder Haaland und Brandt oh schönes Passspiel und Jan Sommer Jadon Sancho ja Banish davor Salizou und da kommt Roman Bürki raus das wurde jetzt nochmal knapper als erwartet Thüram da ordentliche Meter gut gemacht noch so gute Aktion von Garcia Brandt so kein Abseits hier von Jadon Sancho der nochmal in den Rückraum legt Vallejo Thüram Hermann gut gemacht von Hummels ach komm ey das sieht so aus als wenn auch in der zweiten Saison hier der DFB Pokal für uns nicht bis ins Endspiel reicht ich meine wir sind schon deutlich weiter gekommen als in der letzten Saison aber Gladbach ist heute echt eine Nummer zu groß es wird nochmal einen Eckball geben Nachspielzeit ist jetzt schon so gut wie durch und ich sage herzlichen Glückwunsch Borussia Mönchengladbach zum erreichen des Endspiels im DFB Pokal wir scheiden aus und das war es dann auch mit dem Triple Ja aber wirklich das war eine unfassbare Leistung hier von Borussia Mönchengladbach wir haben so viele Chancen gehabt so viele davon vergeben und Jan Sommer war einfach überragend heute war nichts anderes zu machen und da sieht man es auch nächste Runde Frankfurt gegen Mönchengladbach beziehungsweise im Finale Frankfurt gegen Mönchengladbach so wie es auch am nächsten Bundesligaspieltag aussehen wird wenn wir auf Union Berlin treffen hat Frankfurt Gladbach zu Gast da gibt es dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack eben auf dieses DFB Pokalfinale und jetzt das Interview Was hätte anders laufen müssen hätten sie heute besser spielen können ehrlich gesagt ich befürchte wir hätten nicht besser spielen können ähm ich fand das war ein gutes Spiel von uns auch wenn Borussia Mönchengladbach am Ende die Nase vorn hatte nächstes Jahr bereiten wir uns besser vor und dann wird auch unsere Leistung besser es sah ganz nach einem unentschieden aus aber sie haben ein spätes Gegentau kassiert und verloren was ist passiert und was hätte ihr Team besser machen können sie haben den Sieg natürlich verdient keine Frage wir hatten Chancen wieder ranzukommen und es roch nach einem Remis aber Borussia Mönchengladbach wollte den Sieg einfach mehr viele waren erstaunt dass die Garcia heute als linker Verteidiger gebracht haben wie fanden sie ihn auf dieser ungewohnten Position Erik ist ein hervorragender Spieler und das gilt sagen naja gut wenn man jetzt mal den Kontext betrachtet oh nein ernsthaft das wird jetzt echt zur Diskussion hallo Boss es wird viel über meine aktuelle Position geredet ich wollte Ihnen nur versichern dass ich alles tun werde um mit der Mannschaft Erfolg zu haben wenn Sie es wollen dann spiele ich gerne als linker Verteidiger ich bin mit dir zufrieden sowohl was die Einstellung als auch was die Leistung angeht aber ich glaube da gibt noch mehr du musst konstanter werden dann könntest du auf dieser Position eine glänzende Zukunft haben ich habe ihn dahin setzen müssen hallo Boss ich weiß natürlich dass sie gute Gründe für ihre Entscheidung im Spiel haben aber was sollte das denn warum haben sie mich ausgewechselt ich bin sicher ich hätte gegen Gladbach für ein positives ergebnis gesorgt wenn sie mich drin gelassen hätten weil du dich verletzt hast du Depp ich will immer den Sieg aber ich muss eben auch an die Zukunft denken deine Fitness ist wichtig du darfst dich nicht zu sehr verausgaben ich habe dich ausgewechselt weil ich keine Verletzung riskieren will wir holen auch wieder bessere ergebnisse aber das hatte ich auch noch nie dass die Beschwerde kam so nächstes Spiel gegen Union Berlin die sind aktuell auf Tabellenplatz 17 und wir schauen mal ganz kurz gegen wen die Bayern ran müssen gegen Bremen ja machbares Spiel auf jeden Fall für die Bayern das heißt bei uns muss mindestens ein Unentschieden rauskommen gegen Union Berlin aber eigentlich ein Sieg wenn wir mal ehrlich sind und danach man hat es gerade schon ganz kurz in der Vorschau hier gesehen geht es im großen Wettbewerb in der Königsklasse in der Champions League weiter gegen Manchester City das ist echt kein angenehmer Monat hier der April tut wirklich weh und die Mannschaft ja sie ist in Ordnung also Hummels muss jetzt auf jeden Fall aussetzen ich glaube Sancho können wir auch runternehmen Can kann auch sein Päuschen haben wir müssen irgendwie schauen dass die Jungs alle fit sind für den großen Kampf gegen oder was heißt Kampf aber für das große Spiel gegen Manchester City und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin und ciao go Vielen Dank.